Das hier ist Marc. Und das ist Sophie. Sie lieben es, auf der Couch rumzuhängen. So zum Beispiel. Oder so. Oder so. Oder so. Deshalb haben sie einen Remax Immobilienmakler. So können sie hautnah ihr Traumhaus erleben, ohne auch nur einen Finger zu rühren. Naja, einen vielleicht doch. Vielen Dank.